Lass uns jetzt direkt hochgehen, Alter. Wo bist du? Alter. Guck mal, warte mal unten, warte mal unten. Warte mal. Da ist einer. Nein. Oh nein. Ich komm nicht mehr weg. Ich hab's verraten. Schon übel, Mann. Warte. Ja. Ich lenkst du rechts. Bleib ganz rechts an der Wand neben. Ich komm nicht durch. Keine da. Immer auf dem Kopf zielen. Dann wieder Warnettet. Im Raum ist dann Eimer. Nein, das wirst du. Was machst du? Alles rum. Pass auf links. Ja. Läuft. 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 Ein Schlag und dann Doppel S. Warte mal. Ich leg's mal auf die Piste. Dann... Hier nehm ich rechts und links ein Zweier. Oh. Jetzt pass auf. Wer guckt, geht er nicht in den Raum, geht auf rechts rum. Warte. Komme ich auf rechts rum. Warte. Warte. Dann muss schon nicht durch die Tür laufen. Oh, besser. Hier ist noch einer, oder? Oh nein, der Sound ging zu spät auch. Auch nichts. Was machst du? Ich habe Angst. Oh, der Lass. Geh du erst mal durch. Geh du mal vor. Wahrscheinlich ist das eh jetzt Simon. Nein, er macht du. Oh, jetzt ist es gebrochen. Ich bin nicht dran, ich bin nicht dran, Mann. Dann Simon, da steht M4 da hinten. Ich schwöre es dir, ich schwöre es dir. Geh du jetzt, Mann. Geh du jetzt, Mann. Geh du jetzt. Geh, jetzt geh. Ich bleib da hinten ganz dicht. Nein, du gehst jetzt. Ich spring gleich hin. Alter, ich geh mit, aber geh vor, da liegt eine M4 und ich habe schon eine Waffe. Ja, jetzt geh doch vor. Auf dem Klo liegt eine M4, nimm die jetzt. Jetzt geh hin. Dicke, geh jetzt. Da liegt eine M4. Da liegt eine M4. Ja, aber da liegt eine M4. Du musst die nehmen. Ich schwöre es dir, da liegt eine M4 auf dem Klo. Ich mache keinen Witz. Komm, wir lauf jetzt. Lauf jetzt. Da vorne rechts gleich M4 nehmen. Ich sage dir, da liegt eine M4. Guck doch. Alter, da liegt das so aus, als würde jemanden heben. Jetzt geh da rein und hol die M4. Geh jetzt rein. Alter, nein, da ist kein Loch drin. Nimm jetzt die M4, ich habe schon eine Waffe. Geh doch jetzt. Alter, geh jetzt. Digga. Ich kann nicht schreien, du Penner. Schrei doch nicht. Geh doch da rein und hol die M4 raus. Nein, ich hole die nicht raus. Jetzt warte mal, warte mal kurz, warte mal kurz. Beruhig dich mal. Ich guck mal, wer ein Raid-College. Flo, Livestream. Oh, Flo. Und mach deinen Bass weg, bitte. Guck, guck, geh du. Welchen Pass? Du hast Spaß bei dir auf dem Headset. Ah, nee, warte. Das Ding. Äh. So, Stream ist da. Geh drauf und GG und so. Und Robby. Geh du jetzt. Robby, du gehst. Deswegen gehst du jetzt. Da ist nix. Geh du jetzt da rein und hol die M4 raus. Wenn du schnell bist, kommst du wieder raus. Wenn du schnell bist, kommst du wieder raus. Ich hab schon eine Waffe. Guck mal, guck mal, guck mal, pass auf. Ich hab schon eine Waffe. Ich licht da rein. Ich licht die Instant da rein. Digga. Hol doch die Waffe da raus, Mann. Digga, ich schrei dich gleich an. Hol jetzt die Waffe. Ich hab schon eine. Mann. Hol jetzt die Waffe da raus. Da ist eine M4. Guck mal. Der geht doch hin. Oh, Mann. Du holst dir doch jetzt die M4 da raus, Mann. Nö, ich schreibe. Digga. Warte mal. Du gehst da jetzt rein. Du gehst da jetzt rein und holst hier die M4. Warte, Mann. Ich hab schon eine Waffe. Das wäre voll die Verschwendung. Ich muss das Spiel der 2, nämlich 3M4. Warte mal, guckst du? Ich guck zu und ich seh, dass du nicht reingehst und dass du auch verschlossst. Ja, was siehst du alles im Raum? Ich seh dich. Ich seh da hinten in der Ecke ist was komisches. Was sollst du? Das ist eine Artisch eine Lampe. Und da ist ein Badezimmer. Und da ist ein Badezimmer. Und da liegt eine M4 und der will die nicht haben. Oh, du wichsig mal fest rein. Alter, du gehst da jetzt rein. Ich war vorhin drin. Ich hab die M4 gerettet. Und jetzt rettest du die M4. Sei ein Mann, Alter. Ich geh mit rein. Komm. Geh vor. Ich geh mit rein. Ich schwör's dir, ich geh mit rein. Warte mal. Warte mal. Wie machen wir das, wenn wir den Boss bekämpfen? Soll ich einfach rein und dann einfach wegspringen? Er ist kein Boss. Jetzt geh rein. Digga, ich geh mit dir rein. Komm. Ich steh schon an der Tür. Geh vor. Geh doch rein. Geh doch rein, Alter. Ey. Ich geh mit rein. Digga. Geh da noch rein. Du gehst da jetzt rein. Komm wieder wahr. Nichts hier auf so farb. Alter, ich war doch da grad drin. Warte mal. Geh doch da rein, da liegt eine M4. Nimm die eine M4 und renn wieder raus von mir aus. Wir beleuchten. Alles heim und sitzt hier und schaut uns zu und macht uns so aus. Scheiße, jetzt auf den. Geh da jetzt und hol die M4. Nein. 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 Ich war vorhin drin und hab sie geholt. Aber ich hab jetzt ne Waffe. Ich hab, ich hab jetzt ne Waffe. Geh jetzt da rein. Nein. Geh jetzt da rein. Digga, geh da jetzt rein und hol die M4 raus. Mann ey, pusst doch nicht rum. Mach doch schnell, Robby, Mann. Hol die M4, sei mal ein Mann, deine Freude hat mehr ein, als du. Du willst. Alter, da liegt eine M4. Da liegt was ganz anderes. Alter, da liegt eine M4. Geh doch noch bisschen näher an, da passiert eh nichts. Ich war doch gerade da drin. Oh, bezeugt. Guck, da liegt eine M4. Ach, Mann, auf den Klon liegt der M4. Ja, und? Wo ist die jetzt? Da liegt die Klon, da liegt eine M4, Mann. Alter, ohne Witz. Geh da jetzt hin, Mann, wir brauchen das. Digga, ich war vorhin drin und da war nix. Da war was anderes. Ich hab' einen Götchen schaut, ich war einfach. Alter, ich hab' mich gar nicht erschraut. Nenn mal ein bisschen. Jetzt geh da rein, hol die M4, Mann. Ohne Witz, Mann. Ich stand da noch, ich stand in anderen Raum, auf einmal hör' ich so, das Gebrülle, gell, halbe Stunde. Digga, da isch nix. Da liegt eine M4 und wir brauchen die, um zu überleben. Jetzt hol die M4 raus. Digga, ich bin immer vorgelaufen, jetzt laufst du einmal vor. Bei Steam kann man das ziehen, gell? Ja. Jetzt lauf schon nämlich einmal vor, Robby, und das machst du jetzt, go. Guck mal, Jakob. Ahne Scheiße, den kann man leiden. Geben tanken, Mann. Du hast mehr leid, jetzt geh rein, ich sterb, wenn ich da... Du gehst jetzt rein, du gehst jetzt rein. Du gehst jetzt, du gehst jetzt rein. Ich sterb, wenn ich da reingehe, weil ich nur noch zwei HP habe. Wer so sterb, du denn? Weil, weil... Fallschaden. Was so Fallschaden? Jetzt geh da rein. Was da gesagt, gleich nicht. Digga, jetzt geht doch endlich rein. Denn seit zehn Minuten stehen wir hier. Es geht doch... Wir wollen doch das Spiel durchspielen, oder? Und er verbraucht deine Mund, da liegt eine M4. Du brauchst jetzt eine M4, jetzt hol sie dir. Nein. Alter, Mann. Digga. Digga, die 3, die ich sag's deiner Freunde, doch nicht so schau's in den Stream, da. Ich schicke in den Link in Facebook, Alter. Und ich geh da rein. Ich geh da rein. Ich geh da rein, oh, Leute. Ich geh, ich will mich nicht schub, ich will es gehen. Guck mal, wo ich bin. Heiß denn, man, die liegt auf dem Klo. Ich hab gedacht, ich hab jemand, wie schubt, dumm, wer soll die heben? Harry Potter, oder was? Oh, 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 ich hab Angst. Sei ein Mann an, da beiß die Zähne zusammen, und hol die M4 da raus. Leroy Jansky! Jansky. Jetzt zieh ich doch gar nicht. Der Strom ist da drin. Alter was ist das? hast du doch den Tür zugegangen? du bist doch nicht so schraubierend du hättest den Sound anhaben müssen, das hat es erst gruselig gemacht uhohoho kommt der jetzt nochmal da raus oder? steh auf den Klo ich bin irgendwie gestorben oh, bin ich jetzt gestorben? ach, war jetzt der Michael, warum bin ich gestorben? ey, hab ich mich erschrocken? oh, leck mich am Arsch warte mal warte mal ihr habt einen scheiß Stoff warte mal, du rechts und links ey, ich links und rechts steh auf den Stoff steh auf den Stoff steh auf den Stoff warte mal, was stehst du für ein Viech? ey, da kriegst du was ich hau auf den Stoff ja, ich weiß natürlich, wo die Waffen liegen jetzt haben wir zu tausend mal gemacht ich komm einfach nicht weiter kurz hat's geschehen ich muss das was ist geschehen? weh, 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 weh Der kommt von da vorne in die Ecke. Die Musik finde ich voll geil. Oh, der hat mich fast angefordert. Schneller, wieder aufschnittschossen. Ich denke, der ist oben fast dauernd. Der ist ein bisschen stark. Der ist voll komisch, Alter. Die sind voll random, Alter. Warte mal, ich hab den. Es gibt bestimmt noch tausende Streckmomente, so wie diese hier, Alter. Die kommen einfach so. Da liegt die Flüte auf. Wo? Da geht mir eins. Gegen diese Pisser werde ich nur noch Pistolen benutzen. Ich verstehe jetzt, warum die Bullen hier reinrennen. Ich höre, dass normaler Bulle das jetzt machen. Ich höre, dass normaler Bulle das jetzt machen. Was ist hier unten? Die waren hier mal mit Pister. Ach lol, stimmt ja. Geht's doch weiter, oder nicht? Hier in dem Raum ist hier jemand. Ach stimmt ja, wir sind da vorweg. Ey da! Da kommt's! Da kommt's! Da kommt's! Da kommt's jetzt angerannt. בס0 Hey was? Kommt doch! Hab ich umgehauen. Kommt. Hä? gut. Geht nicht, oder was? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR